Mein Name ist Dr. Robby Schlund. Ja, also ich bin in Gera geboren, also ein echter Gerscher sozusagen. Und hier bin ich groß geworden, schon immer ein Lokalpatriot gewesen. Auch ein Arzt ist ein ganz normaler Mensch, wie Sie auch. Das sind meine Wurzeln und da ich in Gera verwurzelt bin, möchte ich für unsere Heimatstadt, also vor allem in Osttüro und Region auch ein bisschen was tun, weil ich gemerkt habe, dass Gera seit der Rente eigentlich ziemlich abgebaut hat. Osteropia Über die Rente Untertitelung des ZDF, 2020